Heute, Frauchen, wird Frauchen in die Stadt, weil das arme Tier sonst keinen Auslauf hat. Doch wichtig ist für Frauchen, dass er schön dressiert und ihn überall von Achternsatz verliert. Mathilde, alte Rundenfahrt, heute geht er in die City. Mathilde, alte Rundenfahrt, sonst merkt er hier und so noch Pipi. Ja, du, der Trott im Vögel, der macht was für, was kann der uns denn schon dafür? Kleine Flagenmüll und so was immer ignorieren, vorne sind mit Mama in die Stadt spazieren. Ich bin mir doch ganz sicher, da ist es um den Grund, bald Käppetkine plagen mehr, doch jeder hat einen Hund. Mathilde, alte Rundenfahrt, heute geht er in die City. Mathilde, alte Rundenfahrt, sonst merkt er hier und so noch Pipi. Mathilde, alte Rundenfahrt, sonst merkt er hier und so noch nicht. Was kann der uns denn schon dafür? Ein Strophe hat noch. Hehehehe. Das ist ein Blackout. Hehehehe. Und dann schon dafür. Ja, Mensch, wie kommt das auf die zweite Strophe? Mach's dir mal was? Ja, mach mal Camping. Kommt, wenn man das nicht so oft... Mein Gott, die Treppe ist ja gerade... Komm nicht drauf. Mama, dann mach doch Camping. Nee, am besten. Ähm... Ich denke, aber wir die Geschichte...